Was wir in diesem See gefunden haben, glaubt ihr nicht. In einem See bei Schwerin sollen sich bis heute zwei Geheimnisse aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Also zwei Schätze aus längst vergangener Zeit. Zusammen mit Jörg vom Kanal Random Life Official machte ich mich auf den Weg, um diesem Geheimnis nachzugehen. Unsere Suche sollte nicht ohne Erfolg bleiben. Wir fanden tatsächlich ein großes Objekt unter Wasser. Doch um was für ein Objekt handelt es sich und welche Geschichte verbirgt sich hinter den Schätzen? Diesen Fragen gehen wir in diesem Video auf den Grund. So, es geht in den See rein. Die Außentemperatur sind 15, 16 Grad, 16 Grad kalt, aber das ist es wert. Ich würde sagen, wir starten da einfach mal. Ich habe irgendwie... Ja, 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 die habe ich am Mann. Boah, ist das kalt. Ja, ist kalt? Mega kalt. Das ist hier warm, aber richtig warm. Ja, ja. Ist gut, dass wir das hier schon im Herbst machen und nicht jetzt, wo das 35 Grad draußen war, wegen Hitze. Ja. Also hier ist es noch sehr steinig, aber es sollte gleich besser werden. Ja, wir sind jetzt im Wasser. Boah. Ist schon kalt so ein bisschen, ne? Das war letztes Mal nicht kalt. Ja, 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 das ist... Danke fürs Freiräumen. Boah, immer gerne. Boah, jetzt der Sack im Wasser, Freunde. Boah. Jetzt warten wir mal kurz, dass ich hier noch eine Bestimmung kriege, weil ich sehe die Drohne auch gerade nicht. Ja, oben. Wo? Ach, da. An der Stelle ist es immer besonders kalt. Der Sack geht ins Wasser, habe ich gerade auch schon gesagt, ja. Aiaiaiaia. Oh, es ist richtig kalt. Leck mich fett. Du merkst ja schon, auf dem Boden... Oh. Ja, da ist... Ich spuck hier ein, Freunde. Boah, hier, genau vorn. Ist er schon da? Ja. Ja. Jawohl, da ist das Rad. Ein Stuck 3, Freunde. Ein Stuck 3. Wir dürfen jetzt nicht so viel Scheiß hier auf. Hier kann man stehen drauf, sagst du, ne? Ja, ja, ja. Bei diesem Panzer handelt es sich um ein Sturmgeschütz 3 der deutschen Wehrmacht. Dieser Panzer beruht auf dem Panzer 3. Die Wanne und das Fahrwerk ist identisch, jedoch wurde der Aufbau modifiziert. Hier handelt es sich um ein Antriebsrad. Dieses Rad wurde durch das vorne im Fahrzeug befindlichen Getriebe angetrieben und bewegt das Fahrzeug fort und ermöglicht Richtungsänderungen durch Abbremsen einer Seite. Hier liegt ein Stück vom Motor. Hier zu sehen ist die Lafette für die mächtige Kanone. Ich befinde mich direkt im Kampfraum des Fahrzeuges. Hier war die vierköpfige Besatzung untergebracht. Wahrscheinlich war in diesem Sturmgeschütz eine 7,5 cm Stuck 40 L48 verbaut. Hier zu sehen ist das hintere Laufrad der Kette. Über dieses Rad wurde auch das Kettenspiel eingestellt. Hier sehen wir eine der Laufrollen. Diese Rollen bestanden aus zwei Rollen, die einen Gummirand hatten, wo die Kette drüber lief. Das ist absolut geil. Ja, Freunde, hier liegt einfach ein Stück 3. Aus dem Krieg. Hier reingeschoben, vergessen. Wir haben jetzt ein bisschen Segment aufgewühlt, aber wir machen gleich nochmal richtig geile Aufnahmen. Wir schwimmen nur noch rüber. Wir haben diese tollen Schnorchelmasken dabei. Da können wir auch von oben richtig schön was sehen. Absolut Hammer. Ich bin überwältig, Jörg. Oder was sagst du? Mega. Mega, und danke für die Maske, die ist ja Gold wert. Ja, oder? Sag ich doch. Absolut, absolut geil. Und jetzt ist es auch nicht mehr kalt. Nee. Nee, jetzt geht's. Also wenn man im Wasser ist, geht's. Und die Aufsicht ist natürlich auch geil. Wir haben so ein bisschen Welle hier, aber ansonsten ist das schon geil. Alter, ist das heftig. Ist das heftig. Ich ziehe einfach dieser Panker rum. Ja. Hier ist nochmal gut, das mächtige Antriebsrad des Sturmgeschützes zu erkennen. Die Geschichte des Panzers ist schwer zu rekonstruieren. Ob das Fahrzeug aufgrund von Treibstoffmangel zurückgelassen wurde oder ob es im Gefecht ausfiel, ist unbekannt. Ob die Besatzung oder Teile der Besatzung hier in den letzten Kriegstagen ihr junges Leben verloren, ist ebenfalls unbekannt. Die Anwohner wollten den Panzer nach dem Krieg schnell loswerden und versenken ihn kurzerhand im See. Zu dieser Zeit war der Panzer weitestgehend unversehrt. So rottet das einst mächtige Kriegsgerät Jahrzehnte in dem See vor sich hin, bis letztendlich die NVA, die Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, beschloss den Panzer zu sprengen. Durch die Explosion wurde dieser Panzer fast vollständig zerstört. Was wir hier sehen, sind seine Überreste, Teile der Wanne und im Umfeld liegende Trümmer. Was wir hier sehen, ist es eigentlich im Training für Axel. Die stehen tatsächlich jetzt auf dem Panzer drauf. Das ist schon mega. Da liegt hier einfach in den Ufernäher ein Sturmgeschütz 3 aus dem Zweiten Weltkrieg. Doch was ist ein Sturmgeschütz? Das Sturmgeschütz war eines der am meisten produzierten gepanzerten Fahrzeuge der Wehrmacht. Dieses Konzept war völlig neu und revolutionär auf den Schlachtfeldern der Zukunft. 1935 veranlasste General Mannstein ein gepanzertes Fahrzeug für eine Haubitze. Der Vorläufer des Sturmgeschützes war geboren. Es war dafür vorgesehen, die Infanterie bei Gefechten zu unterstützen. Als selbstfahrendes Sturmattalerie geschützt, wurde aber im Verlauf des Krieges zu einem gefürchteten Panzerjäger. Das Sturmgeschütz erhielt vielfache Kampfwertsteigerung. So wurden verschiedene Kanonen verbaut, zusätzliche Panzerung angebracht und es erhielt seitliche Schürzen, die es noch besser gegen feindlichen Beschuss schützen sollten. Insgesamt gab es mehrere Ausführungen. Von der Ausführung A am Anfang des Krieges bis zur Ausführung G zum Ende des Krieges. Die Kanone eines 7,5 cm Stuck 37 L24 standen mehrere Panzergranaten zur Verfügung. Die Panzergranate 39, die Granatpatrone 38 und Hohlladungsgeschosse. Je nach Ausführung der Kanone konnten diese Geschosse auf 1500 Meter Entfernung 100 mm Panzerstall durchdringen. Auf dem Fahrzeug konnten 54 Patronen mitgeführt werden. Das Fahrzeug der Ausführung G hat eine Länge von knapp 7 Metern, eine Breite von knapp 3 Metern, eine Höhe von über 2 Metern und ein Gewicht von 24 Tonnen. Die Panzerung reichte von 80 mm im Frontbereich, über 30 mm im Seitenbereich, 50 mm am Heck und 20 mm an der Wanne und bot somit guten Schutz der Besatzung. Verbaut wurde in allen Ausführungen ein Maybach HL120 TRM V12 Otto Motor, wassergekühlt mit einer Leistung von 300 PS. Er konnte das Fahrzeug auf 40 kmh beschleunigen. Eine Tankfüllung reichte für ca. 150 km. Die Besatzung bestand aus vier Soldaten, dem Fahrer vorne links, dem Ladeschützen rechts neben der Kanone, dem Richtschützen links neben der Kanone hinter dem Fahrer und den Kommandanten hinter dem Ladeschützen. Der Kampfraum war stark beengt und somit war es nötig, die Besatzung gut aufeinander abzustimmen, um die Waffe wirkungsvoll und schnell einzusetzen. In späteren Versionen erhielt das Sturmgeschütz ein Koaxialmaschinengewehr, welches links neben der Kanone angeordnet war. Zur Nachverteidigung gegen feindliche Infanterie war ein Maschinengewehr auf dem Dach mit einer Panzerung für den Schützen angebracht. Das MG konnte über zweiseitliche Klappen vom Ladeschützen bedient werden. Spätere Versionen erhielten ein MG, welches aus dem Kampfraum bedient werden konnte. Dieser Film ist allen Soldaten des Zweiten Weltkrieges, aller Nationen und allen Opfern, die ihr Leben in diesem mörderischen Krieg verloren, gewidmet. So Freunde, an der Stelle reicht raus aus dem Wasser, es ist einfach zu kalt. Wir haben nur 15, 16 Grad Außentemperatur und schon eine halbe Stunde im Wasser reicht. Spätere Versionen Untertitelung des ZDF, 2020